Das ist eine sehr gute Frage, weil die Produkte von Marx alle relativ sehr gut sind. Momentan gefällt mir gerade zu dieser Jahreszeit der Gewürz Gin sehr gut. Das wäre dieser hier, weil er sehr weihnachtlich ist, sehr viele Gewürze drin hat, ein bisschen Zimt, ein bisschen Koriander, sowas zum Beispiel, der gefällt mir als Gin momentan sehr gut. Aber der Ingwerlikör ist auch noch etwas Hochwertiges und passt jetzt auch zur schönen Jahreszeit. Gerade mit der reichen Schärfe drin, nicht zu scharf, nicht zu mild. Das ist auch ein sehr sehr gutes Produkt momentan zu dieser Jahreszeit. Im Sommer tendiere ich mehr zum klassischen Gin.